Herzlich Willkommen bei 1000BestTV, ich habe die Moto Guzzi V85 TT und jetzt ist es vorbei mit dem Sympathie-Bonus. Heute muss sie in einem knallharten Vergleichstest bestehen, gegen in einer mächtigen Auswahl von sieben Offroad-tauglichen Reise-Enduros. Und für euch haben wir fünf uns das angeschaut, wie ist sie, was kann sie, wie fährt sie für euch hier auf 1000BestTV. Ja, wie ihr seht, der Reise-Enduro-Vergleichstest 2019 in dieser Hubraumklasse, ein bisschen unter 1000, nehmen wir es mal. Seht ihr, ist eine schöne Auswahl an Motorrädern mit dabei und ein bisschen als Gaststarter die Scrambler 1200 und fünf Testpiloten haben für euch Gas gegeben. Was wir auch mit dabei haben, ist eine Wertung. Wir werten diesmal wieder die Motorräder und dabei ist so, ihr habt es letztes Jahr schon mal bei einem Video gesehen beim Naked Bike Vergleichstest, jeder von uns hat vier Punkte zu vergeben, einen Doppelpunkt, wenn man den Helm auf einem Motorrad hängt und quasi einzelne Punkte mit den Handschuhen. Das heißt, jeder von uns nimmt jetzt seinen Helm und seine zwei Handschuhe und vergibt quasi die Punkte für die Motorräder. Und der Gregor, der akademisch werdende Super-Statistik-Experte, wird das dann zusammenrechnen und hat dann eine Endergebniswertung für euch. Und die Videos laden wir nachher natürlich in aufsteigender Reihenfolge hoch. Also dieses Motorrad mit den meisten Helmen und Handschuhen und Punkten kommt dann als grande Finale in dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-teiligen Videoserie für euch auf 1000PS-TV. So dann, und jetzt haben wir unsere Punkte vergeben. Gregor, warte deines Amtes, hol die Stricherlisten und zähl die Punkte zusammen, die die Leute vergeben. Es werden natürlich einige Punkte gleiche Motorräder sein, aber ich glaube, es kristallisiert sich auch heraus, dass es da doch den einen oder anderen Favoriten gibt. Ja, MotoGuzi V85 TT ist sicherlich ein Motorrad, das mit den meisten Sympathiebonus in die Saison gestartet ist. Einfach deswegen, weil so eine kleine Firma oder eine kleine Marke wie MotoGuzi, der Teil des Piazza-Konzerns, ein so sympathisches, tolles Motorrad rausgeschossen hat. Da sind wirklich alle Herzen übergegangen. Und auch beim heutigen Fahrbetrieb war es wirklich so, dass beim Tauschen der Fahrzeuge die Leute immer gerne die Guzzi gehabt hätten, weil es wirklich ein großes Interesse da war. Und das ist mir schon lange nicht mehr passiert bei Vergleichstests, dass beim Schlüsseldauerkampf die Guzzi immer heiß begehrt war. Ich fange gleich an, ich persönlich habe keinen Punkt gegeben, sie ist nett, sie ist gut, sie ist toll. Und ich habe es auch gefunden, dass es ein sehr zugängliches Motorrad ist, wo dieser Kompromiss oder diese Balance zwischen einfacher Fahrbarkeit, aber trotzdem emotionales Produkt gelingt halt wirklich gut. Es ist ein tolles emotionales Produkt, das aber alles sehr, sehr einfach, sehr zugänglich macht. Und im direkten Vergleich, wenn ich jetzt diese Menge an Geld ausgebe, für mich, so wie ich fahre, hat es mir dann doch ein bisschen zu wenig Leistung gehabt. Das hätte ich nicht erwartet. Die haben mir schon gedacht, es ist eh wurscht, es fahre gemütlich für mich persönlich zu gemütlich, kann es aber den Leuten, die das wissen, die das erwarten, mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen, weil es das, was sie macht, richtig gut macht. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Max das sieht, der auch gern Performance-Bikes im Blick hat. Max, ist das nicht dein Handschuh, oder? Du hast dir auch keinen Punkt gegeben, oder wie? Nein, habe ich hier nicht gegeben, aber Gemütlichkeit ist ein super Stichwort, weil das trifft zu 100% auf dieses Motorrad zu. Man hat halt irgendwie diesen Cruiser-Motor mit seinen 80 PS da rein verpflanzt in ein Chassis, das ein bisschen nach Reise-Enduro aussieht. Passt aber aus meiner Sicht nicht ganz 100%ig. Wobei, also eine echte Reise-Enduro ist sie auch nicht. Also wenn man es vergleicht, beispielsweise federwegsmäßig, kann man da nur 170 mm vorne hinten, während der Rest eigentlich, bis auf die Ducati, weit über 200 hat in unserem Portfolio. Und das merkt man aber auch im Fahrbetrieb, wie sie sich gibt. Also im Gelände hat die meines Erachtens nichts verloren. Also selbst diese Schotterwege, wenn dort teilweise so pro Kanten oder größere Felskanten drinnen waren, was wir heute gefahren sind, kommt das schon ein bisschen ans Limit. Aber ansonsten ein Motorrad, das für einen gemütlichen Piloten, einen, der sagt, ich will sowieso nur cruisen, ich will nicht heizen, der möchte sich am Sound vielleicht erfreuen, weil der ist ausgesprochen gut. Der hat mir gefallen. Dann ist das das Richtige. Und was ich noch wirklich cool finde, das ist halt bei so einem großen V2, der quasi andersrum eingebaut ist, als man es normal kennt, sprich quer zur Fahrzeugachse. Du startest sie an und wie bei einem Boxer geht halt ein mächtiger Ruck durchs Fahrzeug. Und anstarten ist jetzt vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, da ist mir nämlich auch was besonders aufgefallen, die Armaturen. Die sind optisch sehr schön gemacht, aber die Bedienbarkeit ist meines Erachtens nicht so gut, wie es andere können. Display hingegen sehr gut, schaut ähnlich aus wie bei so einem Aprilia-Modell, also ich glaube, das ist da irgendwo abgewandelt, weißt du das? Könnte sein, gell. Ja, aber ansonsten, ein cooles Bike für Leute, die sowas suchen, einen entspannten Reise-Enduro-Cruiser, wenn wir dieses Kunstwort da generieren wollen, dann wahrscheinlich sehr gut. Jetzt schaue ich noch gerade auf die Fußrasten, DAF ist mir auch noch aufgefallen, gerade im Gelände, wenn man mal versucht, da ein bisschen aufzustehen auf dem Motorrad, dass man ein bisschen einen aktiven Fahrstil hinbekommt, dann tut man sich schwer, einen vernünftigen Knieschluss zu finden, weil die Rasten und die Konstruktion der Beifahrerfußrasten sehr wenig Platz bietet, um den Körper ein bisschen nach vorne, da hinten zu variieren. Und auch das jetzt nicht so besonders. Und in Summe hat es eben hier von mir keinen Handschuh und keinen Helden bekommen, eben aufgrund der genannten Gründe. Na ja, dann schauen wir mal, was die Kollegen sagen. Scharf, der Max hat es jetzt vorgestellt, für ihn keine richtige Reise-Enduro, sondern ein tourigeres Motorrad, was aber durchaus sein Herz erfreut hat. Wie siehst du das? Darf das bei den Reise-Enduros mitmachen? Ist dir das Federweg genug? Passt das? Ja, also für meine Fahrerei im Schotter hat es federwegtechnisch gut genug funktioniert. Bin ich dann auch dankbar, dass wie bei den anderen Maschinen im Prinzip, weil ausnahme der Ducati die Bremse sehr, sehr sanft zu dosieren ist und nicht irgendwie beißt. Und was allerdings, ich bin ja ein bisschen größer auch, für mich genauso war, war mit der aufrechten Haltung, also stehend fühle ich mich da nicht ganz so wohl. Da bin ich ja auch mit meiner, ich habe nicht gewusst, wo ich meine Beine hin tun soll. Aber für mich sowieso, also ich habe ja auch meine Wertung, weil ich habe ja auch keinen Punkt, keinen Handschuh gegeben, meine Wertung ist ja sowieso sehr straßenorientiert. Und auf der Straße allerdings, ist jetzt wieder ein blöder Widerspruch, da hat es mir wesentlich mehr Spaß gemacht, weil es ist dann eine sehr harmonische Fahrerei. Man darf halt nur nicht zu hoch drehen oder sich zu schnell bewegen wollen, aber es funktioniert wunderbar. Also ich sitze sehr gemütlich oben, es ist ein bisschen inaktiv, die Sitzposition, aber wie der Max schon gesagt hat, ich kann da nur zustimmen. Das ist wirklich ein Cruiser, mit dem man aber sicher total gut auf Reise gehen kann und ich habe da die Schotterstraßen, die die meisten von den Zusehern und inklusive mir, wenn überhaupt, fahren, funktioniert das sicherlich gut genug. Gut, dann bin ich jetzt gespannt auf einen Mann, der im Jahr 40.000 Kilometer mit dem Motorrad fährt, viel Offroad auch fährt mit den Reiseenduros und wirklich extrem viel Reiseenduro-Know-how mitbringt. Wolf, Bike und Tour auf Instagram, auf YouTube, für euch parat. Privat, dass man es einsortieren kann, würde ich gerne verraten, fährst eine Tiger 800. Kommt das ran an die Tiger 800? Kommt das ran an die anderen Reiseenduros? Wie ist dir gegangen mit der Guzzi V85 Wolf? Der Motorrad, das Emotionen weckt, also wenn es das anstarrt ist und wieder V2 bollert, das ist schon mal, das hat was, das gibt es leider nur sehr selten mehr. Und dann muss man natürlich auch sagen, das ist das einzige Motorrad hier mit einem Kadern. Also wenn einer Ketten schmieren will und eben nicht unbedingt... Das ist nicht mehr der Praktiker, oder ich hätte es fast vergessen. Super Wolf, dass du das sagst, das ist natürlich extrem wichtig. Danke. Ich denke mir nur, weil viele Leute wollen nicht unbedingt am Abend nach der Tour dann noch Ketten schmieren. Ich meine, ich mache es ja nicht jeden Tag, aber ich sage jetzt, es ist trotzdem, es bedarf weniger Pflege und das ist schon mal ein Argument für das Motorrad. Und ich habe es auch Offroad nicht so schlecht gefunden. Okay, es hat einen 170 mm Federweg, aber 90 Prozent der Leute fahren eh nicht viel mehr als am Feldweg, als eine Schotterstraße. Und das kann das Motorrad. Wenn man nicht zu groß ist, geht es auch beim Stehen und Fahren. Also ich habe mich da überraschend wohl gefühlt, ich war ein bisschen skeptisch, was das anbelangt, aber im Prinzip ist es eine Cruiser-Maschine. Also es ist ein wunderbares Reisemotorrad, wenn man mehr auf der Straße unterwegs ist, es wird sich keiner kaufen, der pausenlos Offroad fährt. Das ist ganz logisch, das ist ganz einfach nicht das Motorrad dafür. Aber hin und wieder mal ein Feldweg, eine Schotterstraße ist kein Problem damit. Okay, und ich glaube die Emotionen weckt es ja alleine schon, weil es ein Italiener ist, aber wie geht es dir jetzt mit dem Motor? Ist dir das kräftig genug, wenn du jetzt sagst, du fährst jetzt nach Albanien, was du beim Herfahren berichtet hast, der Leibandetour, wäre es da zu schwach für dich? Also für Albanien wäre es mir nicht zu schwach, aber da wäre es eher dann zu wenig Offroad-tauglich. Ich sage immer so, man muss sich die Strecken nach dem Motorrad suchen. Also wenn ein Motorrad nicht so stark ist, dann fahre ich kurvenreiche Strecken und dann ist es vollkommen wurscht, ob das 70, 80 oder 90 PS hat. Von unten raus geht es ganz gut. Es ist dann nur, du merkst es dann schon, wenn es über 120, 130 beim Beschleunigen, merkst du dann schon, dass es das schwächste Motorrad in der Gruppe ist. Okay, danke. Jetzt holen wir uns den Faktenfalle noch her. Wolf, dann schauen wir. Ich habe jetzt bis jetzt nicht gefunden, wer den Helm, Handschuh hergelegt hat. Hast du den Handschuh hergelegt, Faktenfalle? Also wie sehr ich die Moto Guzzi V85 TT Tutoterreno schätze und wie sehr ich mich in sie verknallt habe, merkt man an meinem Handschuh. Also den kann ich hier liegen lassen. Ja, klar. Ja, obwohl ich sagen muss, in dieser Farbgestaltung finde ich sie so dermaßen langweilig, wenn ich sie mit dieser Rotrahmenlackierung, am besten das Rot-Weiß-Gelbe, aber auch Rot-Weiß-Rot für uns Österreicher, sehr, sehr edel. Also das ist dieser Maschine nicht würdig, diese langweilige Lackierung, aber passt eh, manche oder viele Leute. Manche sind langweilig. Viele stehen auf dezent, passt eh auch, aber dann gibt es wiederum die Design-Elemente, eben der Scheinwerfer vorne, der Doppelte mit dem Adler als dieses Standlicht und Tagfahrlicht und viele auch im Heck die Rückleuchten. Also sie schaut einmal urleiwand aus und dafür hat sie einen Handschuh bekommen, aber ich finde die auch richtig leiwand zum Fahren. Ich bin jetzt bei der Präsentation gefahren und dieser V2, längs eingebaut, die Kurbelwelle gibt es an, was es ist, längs eingebaut, 853 Kubik, ja, sie ist die schwächste, 80 PS bei 7,57, 80 Newtonmeter bei 5.000. Man ratert halt doch, wenn man im Vergleich dann die anderen fährt, das ist die KTM, das dreht ja mächtig, fährt man des Öfteren oder ratert man in den Begrenzer, aber muss nicht sein, weil es halt wirklich gemütlich ist. Da muss ich den anderen Recht geben, dass sie ein gemütliches Tourenmotorrad ist, aber für mich ist sie dadurch eigentlich auch eine perfekte Reise-Enduro. Die ist echt gut, dass der Motor schwächer ist, das stört mich nicht, die 170 Millimeter Federweg vorne hinten reichen mir auch, 19 Zoll Radl vorne ist jetzt kein 21er, ist aber ein super Kompromiss, finde ich, für die Straßenfahrerei. Und Sitzhöhe 830 ist sie eigentlich die niedrigste von den Kontrahentinnen hier, die KTM kann auch 830 haben, aber die Moto Guzzi halt ein umgängliches, angenehmes Motorrad, das super mäßig ausschaut in der lauenden Farbe mit dem roten Rahmen. Ja, ich glaube, das war es. Da muss ich jetzt aber schon reingrätschen. Ich weiß nicht, ob Sie da auch so streng sind wie der Fauli. Ist das wirklich jetzt zu bieder? Ich weiß nicht, ich finde es eine gute Kombination, eine gute Abwechslung. Wenn sie nur in so einer Farbe gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, puh ja, aber da ich sie in den anderen Farben kennen, in den zwei schönen, muss ich sagen, ist das ihrer nicht würdig, weil es die schönen Farben gibt. Schauen wir, bitte kommentiert es unten drunter, vor allem die Guzzi, die seit Jahren den flammenden Adler Wehen haben auf ihrer Brust, postet es uns das unten drunter, würde uns wirklich freuen. Danke voll, jetzt nehmen wir uns das nächste Motorrad noch vor. Ja, und ihr seht es, es sieht noch nicht aus. Also wir haben jetzt insgesamt sieben Videos für euch parat, die täglich jetzt um 20 Uhr bei uns auf 1000 PS TV hochgeladen werden. Und eins muss ich schon sagen, das Flehen um den Daumen rauf ist diesmal noch intensiver als je zuvor. Weil es sind da fünf mehr oder weniger leibernde Haberer, die für euch alles gegeben haben. Also mehr oder weniger leibernd. Aber wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Und hinter der Kamera stehen fünf, die fast so leibernd sind wie wir. Also könnt ihr euch vorstellen, wie leibernd die sind. Also wirklich zehn Leute haben alles gegeben für euch. Bitte einen kleinen Respekt, Daumen rauf und morgen wieder das nächste Video, die ganze Playlist unten drunter für euch. Danke fürs Mitmachen, danke für die Kommentare. Tschüss und Baba. Jetzt haben wir ein schönes Feld an Motorrädern mit am Start, aber es fehlen natürlich ganz wichtige Motorräder. Ein Motorrad, das leider fehlt, und das ist wirklich unser Fehler, ist die V-Strom 1000. V-Strom 1000 von Suzuki, das Motorrad mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Motorrad, das einen unglaublich universellen Charakter hat und wahnsinnig viel kann. Auch die ein oder andere Schotterpassage, nicht das wahnsinnige Offroad-Raketterl, aber eine ganz tolle Reisemaschine, die ich auch in meinen Livestreams oft empfohlen habe und viele zufriedene Kunden auch gekauft haben. Schwenkt es mal bitte für Sie die Fahne. Wir haben leider bei der Anreise einen Transportschaden fabriziert und haben es nicht mit reinnehmen können. Das heißt, da müssen wir ein eigenes Video nachschieben. In der Produktionsserie geht es sich nicht mehr aus. Und der andere Motorrad, was sich natürlich alle erwarten würden, wäre die Tenere 700. Da haben wir zwei Probleme. Punkt 1, wir hätten sie bis in den Sommer hinein nicht bekommen als Testbike. Und Punkt 2, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich reinpasst in den Vergleich von der Preisgestaltung her und auch von der Ausstattungsgestaltung her und auch von der Motorleistung her. Da bin ich gespannt auf euer Feedback. Hätte sie hier dazu gepasst oder ist sie zu günstig, zu wenig performant? Ist sie eine Klasse darunter oder ist sie vielleicht genau die richtige Klasse, die man eigentlich in dieser Mittelklasse Enduro-Liga braucht? Wäre das die Tenere 700? Und letzte Geschichte noch in dem Zusammenhang. Mit der Tenere 700 machen wir natürlich einen zweiten Vergleich. Das ist dann Ende des Sommers, wo man dann nochmal die härtesten Mitbewerber gegen sie antreten lassen. Das könnt ihr mal gerne unten drunter posten. Ist diese Maschine hier ein Gegner für die Tenere 700 oder nicht? Postet ihr es gerne unten drunter. MDRÕN Ah, gibt es? MDRÄB